Hallo miteinander und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Left 4 Dead 2 Wie ihr gesehen habt, der Runenkrieger sitzt immer noch dort drin Ich probiere ihn jetzt mal dort raus holen Hey 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 Du weisst nicht was ich kann? Oh oh oh, da drin ist irgendetwas krasses gewesen Was war ich? Oh, der Granadenwerfer, scheuuuut Oh, 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 Charger Du weisst, ich sentwitch Nein, ich sentwitch Hey, ähm, ähm Wo ist sie? Dort vorne links ist sie Ich muss mich anladen Wo ist sie? Wo, wo? Da, ich rühre meinen Benzinkonisten her Ich zünde an Ich seh sie gar nicht Warte, ich bin noch geheilt Warte, warte, ich bin noch geheilt Du bist auch schon ganz alleine dort Bist du ready? Warte kurz Nein, jetzt! Ja Sie kommt gar nicht Sie ist glaube ich schon tot Nein, nein, sie schreit, sie quietscht Nein, nein, sie schreit, sie gequetscht Gibt es noch einfach nochmal Granaten rein? Dort ist sie irgendwie fett Hehehe, sie ist ja im Umgebogen Jetzt ist sie da Jetzt ist sie da Oh, da hinten gehts gar wieder voll ab, was läuft da mit euch? Ganz ruhig Nein, man, Action musst geniessen Da musst du nicht ruhig bleiben Ja, ich bin mein Granatwerfer am geniessen Aha Oh, Hunter auf mir Auf dem Joggy Äh, auf dem Coach im Joggy Du randst einfach an mir vorbei Ich war schon weiter als du Also lass ich Da, das kannst du sonst haben Geh doch weg Geh hei Geh hei Ah, sterben Oh, das sind Sumpflinge Hast du gesehen? Die Die sind verdammt Joggy ähnlich Ja Verschrecken Hey, hoi Joggy Hey, hoi Joggy Hey, ciao Hey, ciao Okay, okay Lassen Sie das? Hey, ich glaube Ja, das ist besser Das kommt nicht gut Es gibt Tote Ja, ich habe den Granatwerfer Aha Ich nicht So Da hat es sonst noch so Brandbomben und so Zorn Ich brauche gar nichts Ich kann Granatwerfer He he Ah, man ist so langsam mit dem blöden Sumpfling Ich hasse es Ah Ja, laufen doch Ah genau, jetzt müssen wir da hinten runter wieder Oder? Ah, ich bin geheilt Nett Danke Ah, Charger Schon gut, schon gut Ja, ja Oh Ich gehöre noch einen Joggy Ich gehöre, da kommt er schon Oh, 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 ein Smoker Ein Smoker hat mich Wo? Hell yeah Ja Ich komm immer zu sparen Ey, das ist unglaublich wie schnell die Rochelle ist, gell? Kannst nicht mal schauen Oh, oh No Ammo Das Licht ist an, aber keiner da Ja So herrlich Ja So Moment rasch, ich heile mich rasch und dann Nehme ich ein neues Ja, ich glaube das mache ich auch noch Ja, ja Ist das die 3 Schuss Dings, oder? Score, ja Ja Oh Immer das gleich Heilig umsonsten Los Oh, oh Horde Mach zu Du du mich nachher heilen Oh Oh Ja Die Waren Horde Er ist um ein Gesübel Jetzt bin ich gespannt Hat nur ich Für Twitch Überkommen? Ich glaube nicht Ich hab ganz am Anfang noch Eine Granate reingefitzt Müsste eigentlich schon ein bisschen was geben Ja, ja Schau dir das an Ja! Kann sein, dass sie dann wegspickt ist, oder so. Und dann... Weisst du nicht. Hast du gesehen, wie schnell die Rochelle war? Ja. Ja. Wolltest du mal eine Granate werfen? Nehm ich mal andere Waffen. Ja, ist doch gut. Ich brauche den nicht. Ich sehe es ja. Ich sollte einfach einen Schuss und lang nachladen und äh ja. Er ist schon cool, aber... Ja, ich habe lieber schnell und weniger Schade als langsam und grosser Schade. Ja! Ach, schiesst doch alle auf mich! Zum Fliege! Da hat sie den... Brandmunde! Ich wollte mich noch heilen, aber dann lassen wir das. Und zum blöden Charger. Ja. Nein, 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 nein. Ah, das ist auch cool. Das habe ich schon. Ah! Ah! Ja, 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 ja! Nein! Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Das klingt voll nicht cool. Das ist voll cool. Wo sind die Gegner? Wo sind die? Die sind da. Ja, dann rushen wir so lange wir können. Ja, ich denk's dann. Ja. Bäm, Sprungangriff im Benzikenister. Nommal. Private Property. Okay, rein. Ja, geil. Jööö, du hast auch etwas Explosives. Wir sind Bomberman. Hörst du den Twitch? Ja, ich auch. Ich habe sie auch gehört berühlen. Ich kann sie nur noch nicht ganz orten. Äh. Auch nicht. Sie klingt von da oben. Nein, von rechts. Von dort. Wenn's wieder. Ah, da unten ist sie ja. Hey. Wo, wo, wo? Da. Voll, voll. Warte, ich will hier noch ein Benzikenister. Nein. Wo ist sie jetzt? Ich habe sie noch angezündet. Wo ist sie? Da unten ist sie. Nein, du hast mich schon... Ah. Ja, sorry, gell. Ah nein, du hast mich gar nicht angezündet. Ich habe mich gerade wackelt. Wo kommt sie, Mann? Ohne, ohne ist sie wieder. Sie ist wieder runtergefallen. Jetzt kommt sie wieder. Jetzt kommt sie wieder. Da ist sie. Stiertel. Oho, die ist auf mich gekommen. Oh nein, du warst hinter mir. Das ist cool. Oh, 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 oh. Hinten kommt die Horde. Hinten. Hinten. Das ist, glaube ich. Einigermassen cool. Du hattest wie einen Granatwerfer. Herrlich. Also komm dann, nimm mal. Du. Hast du jetzt auch noch einen Granatwerfer? Oh. Nein, nein. Boom! Oh, Jockey! Yeah. Schön erwischt. Aber auch meine verwinden wahrscheinlich. So, los, los, los. Wo sind wir? Oh, 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 oh. Oh, oh! Ich habe sowieso Eux schreien gehört. Ich höre enthänge. Wo komm, oh, der ist hier. Der ist da, der ist aber. Achtung. Geiss mal weg von dem. Er ist weg. Der ist tot. Schon tot. J interrupted. Jööööööööööööö! Jöhööööööööööööööö. Signal-Führ! Achtung! Acht Geiss auf an. Moment, kurz coisas. Mhm. Kurze Pause einlegen. Oh, oh, oh! Nein, nein, nein! Schocki, Schocki, Schocki! Moment! Ich habe gerade mal auf die Ager schauen. Wir sind wieder da. Tut mir leid für die Unterbrechung. Ich habe auch nicht gewusst, dass das passiert, wenn der Kollege auf lautlos macht. Ui, du musst dann nachher bei mir kommen los. Ui, ich bin so verschrocken. Das ist einfach ein Ton. Einfach duuuuut. So schlimm, so laut. Ich habe nicht gewusst, dass das passiert. Was, die ganze Zeit durch? Die ganze Zeit. Ich musste die Aufnahme unterbrechen. Ich bin so verschrocken. Ui, das tut mir natürlich leid. Voll leise, ich wusste es auch nicht. Oh, aber jetzt... Jetzt du auch noch die Leute aufwickeln. Das geht ja mal gar nicht. Das geht. Und wie das... Oh! Ja, ja, warte, das war ich. Schau. Ah! Los, los, los! Lade endlich an, du Granatenwerfer! Ui! Ui! Bäm! Ab mit euch! Buuu! Wo bist du? Unterhalb von dir. Ok, was macht dann die Rochelle dort hin? Jetzt ist sie da. Hä? Uuuu! Super komisch. Ok, wollen wir weiter? Ich denke, es hat sich so... ...mehr oder weniger beruhigt. Ja. Und da ist es so übersichtlich. Macheten hat es. Willst du eine Macheten? Ja, dann sage ich das nicht. Wo ist sie? Dort hinten im Haus ist es gerade so. Ah, da. Ui, sorry. Das wollte ich nicht. Ich bin gefährlich mit allem Explosiven. Wieso hast du mich überredet, einen Granatenwerfer zu nehmen? Ja, das fragen mich eigentlich auch. Wie ist es in der Brabpfanne, wo wir sitzen? Ja, ich muss, Mann. Ich habe es nicht nur gehört. Oh nein, Hunter. Hunter auf mir, Hunter auf mir. Hunter auf mir, Hunter auf mir. Hunter auf mir, Hunter auf mir. Oh, die Humber hat mich angekotzt. Ich sitze jetzt einfach in den Ecken und schlau mich um mich. Ich komme jetzt näher. Und heile mich am besten jetzt. Was? Wieso ist ihr jetzt auch noch angekotzt worden? Ja, ich weiss. Du hast es gesagt, es hat nur noch mein Unterbewusstsein gehört. Ey, ey. Was macht die Rochelle? Die hat jetzt voll auf mich geschossen. Du siehst aus wie ein Zombie. Äh, kann mich Rochelle etwas schützen? Ich bin unten, ich bin unten. Okay, ich habe einfach das Häuschen eh gewissen. Ja, wir müssen weiter. Sonst gibt es Zeitprobleme. Nein, die Waffe hat nur noch 5 Schuss. Ui, nicht so schnell, nicht so schnell. Du bist viel weiter als mir. Wo sind die denn? Immer noch am Gebüsch. Hey, hey, hey. Sorry, du hast ausgerutscht. Jockey. Ja. Bratpfanne, kill. Nein, nein. Nein, es war eine Schrotflinte. Ja, du führst uns wieder da rein und du hast es gemerkt. What? Wir sind in der Tür gestanden. Ohne Scheisse. Sicher. Oh. Gesicht. So geil. Ja, wollen wir gleich zumachen oder willst du nicht noch heilen? Nein, nein. Das ist cool. Wir können zutun. Ja, wenn es rein kommen wird. So. Wow. Jaja, du. Jetzt war Rochelle sehr gut. Ja, gröber. Ohne Bitch. Tanks. Das sind die übelsten Gesellen, die es gibt. Das ist so. Und die Witches sind einfach nur Binge. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja. So, wie vielem gibt es jetzt? Erst im dritten, gell? Jetzt kommen wir ins vierte. Ach, kommen wir schon ins vierte? Ja, die Plantage. Die Plantage. Ja, die Plantage. Ja, dann könnte man eigentlich noch einen neuen Part anfangen. Könnte man. Vielleicht fehlen wir auch. Glaub ich zwar eher weniger. Ja, schau. Ich glaube, ich mache jetzt ein kurzes Part, Leute. Wir machen die Schilling da rein. Schluss. Und sehen dann den letzten Teil. Das letzte Quartal. Ganz in Ruhe. Wird wahrscheinlich auch in einem sehr kurzen Teil. Aber dann habe ich auch weniger zu muhladen, oder? Das ist schneller hier oben. Jo. Also, bis zum nächsten Mal. Seit Exitus 19. Und der Runenkrieger. Peace.